In diesem Werk geht es um ein Ideal. Ein Ideal, was wir verfolgen sollten. Ein reiner und klarer Ozean, der die Geschöpfe des Meeres und diesen Kosmos, den wir bislang überhaupt noch nicht erforscht haben, wertschätzt. Ist es nicht mehr unsere Heimat? Der Ozean ist Ursprung allen Lebens. Aber ist es nicht mehr unser Zuhause? Für die Meeresbewohner und all die lebenden Tieren und für diesen gesamten blauen Planeten haben wir die Verantwortung, diesen Ursprungszustand wiederherzustellen. Als Menschheit.